Herzlich Willkommen zurück zu Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4, wir befinden uns immer noch im zweiten Schuljahr. Und zwar in dem Teil Die Kammer des Schreckens. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Schon, glaube ich, paar Wochen her tatsächlich. Ich habe ja das ganze Projekt eigentlich über meinen Umzug aufgenommen. Wo ich noch kein Internet hatte, deswegen ist das jetzt so. Und das war ja im Juni. Und jetzt sind die Folgen alle und jetzt muss ich wieder ein paar neue machen. Deswegen letztes Mal, warte, vielleicht erinnere ich mich noch dran. Erinnere ich mich noch dran. Wir waren, glaube ich, in der verbotenen Abteilung. Waren wir da? Ah, nee! Nee, nee, wir sind jetzt erst frisch hier, ne? Im letzten Part war doch dieser Auto-Unfall. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an den YouTube-Titel. Uh, oh nein. Wir müssen Parse hier sprechen. Hallo, ich kann Parse. Oh, was ist das denn da? Äh, hallo? Danke. Ach, stimmt ja. Ich muss hier die Schlange hier zusammensetzen. Ich erinnere mich noch hier. So, ab, dran, da. Und was macht der Typ da? Weiß ich nicht. Ich denke, da ist irgendein Schüler gleich, äh, den wir retten müssen. Hallo? Nö, nö, die machen nichts. Okay, dann gehen wir einfach mal in den Slytherin-GM. Gemeinschaftsraum für Leute, die die Abkürzung nicht wissen, kennen, whatever. Leute, es ist immer noch traurig, ne? Noch kein neues Harry Potter-Spiel angekündigt worden. Ähm, Gerüchte sagen ja nach der DC-Fandom-Dingsbums. Ist so ein Online-Event. Und da werden dann erstmal alle DC-Sachen da vorgestellt. Und dann irgendwann danach soll dann auch hier Harry Potter angekündigt werden. Für die neue Generation. Und da freue ich mich natürlich mega drauf. Kann ich hier überhaupt rein? Ja, kann ich. Okay. Weil da irgendwie Fische denn sind. Äh, genau. Da freue ich mich sehr drauf. Denn es wird langsamer Zeit, dass man neue Informationen bekommt von 2018, ja? Es kann doch nicht sein, dass das Spiel so lange nicht angekündigt wird, ja? Vielleicht hat da auch ein bisschen J.K. Rowling mitschuld, ne? Dass die irgendwie gegen Schwarz ist oder sowas. Halbwissen jetzt nur, Leute. Halbwissen. Dass wir hier nichts. Aber, weiß nicht. Hat das so viel was mit Harry Potter zu tun? Ja, sie hat es erschaffen. Aber ich finde das Universum eigentlich viel zu schön, um nicht die Spiele dafür zu spielen. Deswegen, weiß nicht. Also meine, ich habe da jetzt keine Sorgen drüber, dass sie das Spiel veröffentlichen. Die sollen es endlich mal veröffentlichen. Mein Gott, ey. Macht mal hinterher. Okay, da kommen, ähm, Crap and Goal. Oh. Hm. Hm, kommt mal her. Kommt mit. Hey. Hm? Achso. Kann ich da jetzt rein? Nee, ne? Nee. Achso. Achso, achso. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Wir müssen jetzt erstmal den Vier-Saft-Trank brauen. Ich fände es so cool, wenn die alten Teile hier vielleicht auch noch auf die Switch kommen. Ich glaube, auf der Wii U waren die, glaube ich. Glaub ich? Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, die waren hier auch auf der Wii U. Das wäre mal cool, ne? Dann hier nochmal alle Teile zu spielen. Also eins und zwei gab es, glaube ich, damals nicht. Drei auch nicht. Nur für den PC. Hier müssen wir hin. Ah, zum Unterrichtsraum. Boah, lasst mich durch, ey. Lasst mich durch. Und jetzt habe ich euch das eigentlich schon mal erzählt. Dieser Snape-Typ hier, ne? Der sieht mir immer so aus wie der Kylo Ren. Aus Star Wars. Als ob sich Alan Rick Mare auf einmal in einen Jungen verwandelt hat. Von, weiß ich nicht, wie alt er geworden ist. 68, glaube ich. Zu einem 16-Jährigen. Ist schon lustig. Okay. Oh. Da ist der Vier-Saft-Trank. Ist aber komisches Geräusch. Hallo. Schenkst du uns was? Ne? Hufflepuff. Oh, wir sind doch kein Hufflepuff. Mann, Mann, Mann. Und du auch Hufflepuff, oder was? Ne, ne, ne. Okay, okay. Dann muss ich hier harte Geschütze auffahren. So, hier, bitteschön. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir. Ja, tschüss. Nice. Sehr, sehr gut. So, die Haare haben wir schon mal. So, rein damit. Und zack. Brauchen wir die Kiste? Ne, die brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Äh, schön. Sehr schön. So, wir befinden uns hier gerade im, äh, Zaubertrank-Klassenraum. In Zaubertränke. Dön, die Fachdeutscher zu sagen. Äh, wieso glänzt das da? Ach, ich kann nicht raus. Ich kann... Hier wird nichts machen. Oder ich will einen anderen Zauber aus. Ne, ne, auch nicht. Okay, dann nicht. So. Ich glaube, ich... War das das Level, was ich früher nicht so gut konnte? Weil ich das alles nicht gesehen habe. Da oben kann man, glaube ich, Incendio machen oder so. Ne, Exposo eher gesagt. Das haben wir doch schon probiert hier. Harry, Mann, 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 Mann. So. Die Flagge da. Das bringt uns auch nichts. Ach. Hier geht es oder was? Äh, okay. Und dann platzen lassen? Ne. 1, 2, 5. Ah. Oh. Jetzt habe ich die... Jetzt habe ich vorher nicht gesehen. Okay, Immobilius. Und Immobilius. Immobilius, glaube ich. Nicht Immobilius. 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 Ah, das war eine schöne Szene. Äh, ich möchte jetzt aber eigentlich ganz gerne erstmal die Dinger hier machen. Ja? Für den versteckten Schatz hier. So. Und hier hinten auch noch sowas. Ah, da komme ich nicht dran. Jetzt aber. Sehr schön. Hier geht es, glaube ich, wieder raus. Ich weiß noch, wie ich früher da immer aus Versehen rausgelaufen bin. Fand ich nicht so cool. Nicht so cool. So, hier haben wir jetzt auch... Hallo, was ist das? Ah, das war das nicht. Okay. So, weg mit euch. Hier, Bombada. Bombada Maxima. Ah, ah, hier finden wir jetzt was Schönes. Dann das. Und dann kriegen wir eine Blume. Sehr schön. Und da ist die Kirsche, die wir brauchen. So. Justin Fletch. Fletch, ey. Okay, okay. Wir möchten aber das hier noch aufmachen. So. Das wäre dann drei, oder? Drei? Ja, drei. Gut, eine steht hier wahrscheinlich auf dem Tisch und eine hatte seine Hand, ne? Oh, okay, den. Den auf der Hand, den können wir, glaube ich, nicht machen. Oder haben wir schon einen Hufflepuff-Schüler? Das wäre cool. Zeig mal her, hier. Harry. Wir haben keinen Hufflepuff. Leider. Hatten wir uns nicht letztes Mal irgendwie Charaktere gekauft, oder bin ich bekloppt? Ah, nee. Ah, nee. Wir haben uns, glaube ich, hier Dinger. Ähm. Doch. Hier, ist in Ordnung. Äh, wir haben uns hier Dingens. Dingens haben wir uns geholt. Gott, wie hieß der denn jetzt nochmal? Äh. 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 Zaubersprüche. Zaubersprüche haben wir uns geholt. Genau, das ist das Wort. So. Gib mir mal ein... Keine Ahnung was. Slythaven. Dann bekommen. Weiß nicht. Wow. Toll. Dann tschüss. Ah, nee. Links war der Ausgang, glaube ich, oder? Oder was müssen wir hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Ach, hier ist der Ausgang. Der war ja nicht. Der war ja nicht da hinten links. Oder? Was ist das denn? Hä? Hä? Okay, er war doch da links. Alter Schwede, ey. Ich hasse diesen Raum mehr. Ja. Richtiger Fail schon wieder. Okay. Komm. Sir Nicholas. Hier, oder? Okay. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Da, da. Außerdem bekomme ich die ganze Zeit Copyright Strikes wegen dem Soundtrack hier. Mann ey, Legomacher. Habt ihr etwa die Rechte nicht dafür, oder was? Finde ich aber traurig. Sehr, sehr traurig. Oh, da müssen wir gleich hin. Ist der Nicholas? Müssen wir nach rechts? Okay. Wir sind doch überhaupt kein... Ah. Ach, wir sind überhaupt kein Slithel in den Schülern. Wir sind Hufflepuff. Ah. Okay, okay. Okay, okay. Ich kriege ja auch... Mach ich... Oh. Da haben wir einen Schüler. Da ist irgendwie ein Schüler. Ach, Harry. Blaus Hemd. Okay, okay. Sehr hübsch, Harry. Sehr hübsch. Und hoch mit uns. Bloß nicht runterfallen. Okay, war nichts. Nichts Besonderes. Äh, wir könnten da oben noch versuchen. Okay. Nur paar Münzis. Nur... Oh, da sind sie. Ach, das ist das Level A. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Als erstes brauchen wir Termine wieder. Du, 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 du. Das ist... Nicht sonderlich schwer. So. Und? Wingardium Leviosa. Oder Reparo. Naja, also... Reparieren ist ja eigentlich... Okay, das gibt uns auch... Hey, was ist das denn da jetzt? Ach, da war Hermines Katze drin. Achso, Hermine als Katze. Sehr gut. Sehr gut. Passt zu dem Teil hier. So, was ist mit dir los? Hier. Quichente. Oh, dankeschön für die Quichy. Oh, haben wir explodiert, Leute. Wow, toll. Was man hier mal für den Unsichten machen kann, ey. Okay. Ein Wesen. Und so ein... Dings. Und dich nehm ich mal mit und gucke mal, was ich... Ah, ah, ich seh schon. Sind solche Dinger hier unten. Uh, die muss ich sammeln. Die muss ich wieder sammeln, hier. So, hier einmal. Da auch. Boah, Alter. Steuerung von dem Ding ist aber nicht so cool. So, einer müsste da hinten auch sein. Irgendwo. In der Ferne. Da ist er. Sehr schön. Toll. Das hat's gebracht. Danke. Aber was haben wir hier? Wasser. Wieso gibst du uns Wasser? Oh, warte. Ich kann da oben was machen. Was ist das? Weiß nicht. Erkenne ich nicht. Ah, die haben wir das Rohr wieder zusammengebaut. Super Leistung, Team. Super Leistung. Und du? Weiß nicht. Hui. Oh. Klappt nicht mehr so gut wie früher. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Temmentee. Ah. Achso, weil wir die da verfolgen müssen, ne? Ah. Okay, brauchen wir gar nicht. Guck mal, Cupcakes. Oh, Wingardium Diviola. Oh. Was zu essen. Oh, aber das ist lecker. Sehr clever. Okay, dann gehen wir da mal rein. Du, 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 du. Äh. Was sieht denn aus? Hallo? Ach, die schlafen da. Okay, als erstes brauche ich mir dann Haare. So, da haben wir die Haare. Super. Ah, ab da rein. Okay, okay, okay. Dann gucken wir mal hier. Damit kann ich nichts machen. Da oben aber wahrscheinlich. Brauche ich dir aber hier mal einen Lieblingszauber. Nö, selbst dann nicht. Ah, doch. Jetzt geht's. Jetzt geht's. So. Aha. Ich verstehe, glaube ich. Oder? Na, ja, doch, doch, doch. Vielleicht verstehe ich's leicht. Was ist das da? Och, Mann. Wann, lass mich mal bitte. Ich weiß nicht mal, wie man angreift. Aber damit. Was ist das denn jetzt hier? Ventil? Wann kommt das denn? Ah, hier. Okay, drehen wir mal. So, Wasser ist kaputt. Okay. Da haben wir eine Kirsche. Okay. Die nehme ich natürlich gerne. Das brauchen wir noch. Einen Apfel. Ich würde sagen, ihr... Nee. Nee. So, jetzt? Ich war aufgeregt, Leute. Ich war aufgeregt. Ich wusste nicht, dass das so klappt. okay noch mal noch mal noch mal diesmal schaffe ich das in einem 1 2 und 3 so ist kaputt sehr schön das ist aber kein apfel dabei was haben wir da die blume wächst jetzt schön kommt da raus ein apfel oder was die auch nicht okay was ist das denn neues rad okay keine ahnung ach ein duftblümchen ah so okay okay Okay. So. Okay, sie ist abgehauen. War funny, funny, funny moment. Ach, ach, wir sind wieder hier im Dings. Äh... Kannst du auch Lumos? Ja, kannst du. Ja, dann mach auch Lumos hier. Kleiner. So, hallo. Machst du da mal auf? Danke. So, was haben wir da drin? Genau, auf Harry Kippen. Auf Harry Kippen. Das ist eine sichtbare Mauer, okay. Oh. Ist mir aus wie... Hau den Lukas, spielen wir jetzt? Okay. Ah, ne. Oder? Nein, nicht. Kann sein. Ich bin jetzt Hau den Lukas, oder was? Ich hab überhaupt keine Ahnung, weil... Ach man, ich bin zu lahm Arsch, ich glaube ich. So. Ah, warte mal. Hier. Nee. Auch nicht. Ah, ich muss den Fisch in meinem retten. Okay. Da ist auch ein Fisch. So. So, dann hier. Oh, was mit dem denn? Oh, ein Hauptverkaufteil. Okay. Dankeschön. Oh Gott. Da sterbe ich drin. Äh... Ah. Aha. So geht das. Oh, perfekt. Also, der ist es hier. So, Kackschlange, ey. Alter. Wie viel Leben hast du? Mann, 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 Mann. Mann, du mir. Oh, einen goldenen Held. Okay. Cool. Ach, er macht das für uns. Okay. Dann müsste ich aber aus dem Wasser raus, oder? Oder stehe ich da nicht im Weg? Nee? Okay. Dann mach das mal. Sehr schön. Sehr schön hast du das gemacht. Sehr, sehr gut. Wirklich. Wirklich. Ich hätte das nicht besser gemacht. Ich hätte das nicht besser machen können. Achso, wir müssen auch reinlaufen. Das ist ja gerade drüber. Ding Dong. Ha-ha... Wow. Uuuh. Büpp! Wow. Wow, ey. Das löse wir in GM. Unter Wasser. Es ist so cool. Es ist wirklich cool. Was ist mit dem Typen da? Hat er Angst? Sieht da nach außen. Naja, wir machen den mal ein bisschen sauber. Und dann haben wir hier Sachen. Was auch immer. Ach, wir bauen glaube ich so eine Räuberleiter oder sowas. Ne. Ein Bilderrahmen. Ein Bilderrahmen. Okay. Und dann stellen wir uns hier hin. Und dann... Das hätte ich auch machen können. Wow. Lächerlich. Lächerlich, dass das Schüler in Gefahr ist, ey. Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Okay, damit können wir noch nichts machen. Müssen wir erstmal hier gucken. Da haben wir einen Fisch. Ja, ja. Fischi. Achso. Ach, er springt alleine. Okay, dann rein mit dir. Super. Und dann holen wir das raus. Ah. So. Kann ich jetzt rein? Achso, ich muss da ja... Ach, er macht das schon für mich. Hä? Wer war das? Kann man erschrecken? Nee. Nee, passt nicht. Ja, ist es nicht. Oh nein, unsere Haare. Oh nein. Kacke, wir müssen hier raus. Schnell, Harry. Oh, eine Spinne. Da wird abgeschossen. Yeah. Freie Spiel, freie geschalten. Ein Wappen leider nur. Ist aber nicht so schlimm. War der Zauberer wahrscheinlich nicht ganz so viel. Ah, ja, ja, ja. Okay. Zwei goldenen Steine haben wir bekommen. Genau, super. Und, ja, dann sehen wir uns letztes Mal wieder. Bis dann, Akamito. Haut rein und ciao. Ciao. so